hallo willkommen zurück hier bei bussimulator 2016 und es ruckelt nicht mehr, guck mal. so das ganze gucken wir jetzt mal von außen an. ach du gott, ist der lang. oh der war abgesenkt, sorry sorry, oh nein. jetzt muss man hier einen großen wendekreis machen. ok das wird jetzt chaotisch. da bin ich gespannt, wie das funktioniert. boah wie fährt der? da rein muss ich jetzt noch. ach du meinige. es geht. man muss den wendekreis noch größer machen jetzt. dass man wenden kann. wir warten jetzt hier. jetzt fahren wir. boah ey. boah was das denn? was hab ich denn damit ausgesucht ey? oh mein gott. ha. ich hab schon wieder vergessen die Uhr einzuschalten. boah lauter bus. boah ich kann das nicht. boah das ist echt, das ist voll schwer mit dem Lenkbus hier. wenn die straßen so eng sind ne. da kommt man ja gar nicht dahin. zum glück wartet der schon. wie schaffen das die busfahrer? wundert mich. hallo. können sie mir eine fahrkarte verkaufen? ja kann ich. einmal normal. einzeln. ok. einzelfahrt für senioren. einzelfahrt für senioren. ok. 360. und weiter gehen. danke. einen schönen tag. ja wünsche ich auch. ok. aber jetzt bin ich gespannt ob wir's schaffen. nächster halt. südtiroler straße. soll hier nicht ähm blinken. das geht nur in eine richtung. hab ich gelernt. oh. das hab ich gut gemacht. hab das gesehen? nirgendwo angerammt. naja. kein weiterer kommentar. kein weiterer kommentar. hier ist schon die nächste alte stelle. kein weiterer kommentar. kein weiterer kommentar. ja wie schließt sich die denn? gar nicht. kein weiterer kommentar. kein weiterer kommentar. kein weiterer kommentar. kein weiterer kommentar. Boah, sieht voll krank aus, ne, wenn das da hinten zu schaukelt. Guck mal, wenn ich um die Ecke fahre, wie das wackelt da hinten im Spiegel. Krass, oder? Jetzt wie wenn gleich das Hinterteil irgendwie hier sich ausschleudert. So guckt es aus. Voll krass. Oh, dankeschön. War gerade der Rettungswagen unterwegs. Oh, sorry. Ich wollte dich rasen, ich wollte nur, dass sie pünktlich ankommt. Da wird man auch noch bestraft dafür, ey. Beschwerde wegen Raserei. Ich glaube, ich spinne. Was gibt es da so Beschweren, hallo? Ich weiß doch gut. Da kommt was rein. Ist die da hinten? Auch nicht. Bisschen weiter weg. Warte vorne, okay. Jetzt nach links. Muss wir da warten. Was ist da? Was ist da? Was ist da los? Geh ich mir nicht zur Stadt? Ich sollte vorne sitzen. Wieso? Weil mir hier hinten ganz schwindelig wird. Ja, kein Wunder. Bei dem Umschaukel. Würde es mir auch schlecht werden. Ich bin gespannt, ob es hier noch ein paar mehrere Busse gibt. Warte mal, wenn ich außen gucke, steht es da auch, wo ich hinfahre? Ah, tatsächlich Kongress. Keiner mehr? Keiner mehr. Keiner mehr. Keiner mehr. Bitte zurücktreten. Hä? Wieso? Wieso zurücktreten? Hä? Was? Ich habe doch die Türen schon zu. Letzte Vorhersagen bis Ende. Nächster Halt. Freiheitsstraße West. Okay. Freiheit. Ich bin doch richtig. Das ist gut. Das ist hier eine andere Haltestelle. Wie immer die heißt. Der Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Tankstelle. Was ist das? Küchencenter Flamme oder was? Hat geklingelt. Bim, bim. Oh nein, Stau. Oh, bitte. Ich glaube, wenn man bei mir mitfahren würde, würde jeder kotzen. Ich gebe voll Gas und dann wieder Vollbremsung. So. Warten wir mal. Bleib ich grün? Bleib ich grün? Dankeschön. Das ist lieb. Das ist so lieb. Und jetzt ist es wieder rot. Hahaha. Aber da vorne ist gleich die Haltestelle. Das ist noch besser. Das ist blöd, ne? Ich bin jetzt gerade im Minus, ne? 10.000 im Minus. Ich habe Schulden. Nur weil ich deppig voll Pfosten, ne? Auf kaufen drücke. Naja, was soll's. Was soll's? Wir müssen es ja mal tun, ne? Von daher. Es ist eigentlich egal. Okay, jetzt hier reinfahren. Pappappappappapp. Jetzt schon. Normal, einzeln. 2 auf 20. Du bekommst 2 auf 80. Zurück. Danke, mein Lieber. Das ist doch jeder mein Lieber zu mir. So lieb bin ich nicht. So, andersrum. Genau. Und wohin jetzt? Nächster Halt. Kongress. Dies ist der nächste Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsieligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Jetzt schon. War aber eine kurze Fahrt. Komisch, ne? Jetzt läuft's wieder flüssig. Vorhin hat's am Schluss echt rumgehakt. Echt seltsam alles. Aber es ist wurscht. Solange's nur funktioniert, dann passt es noch. Machen wir jetzt keine so große Gedanken. Wenn's halt rumhakt und rumspackt, dann muss ich halt die Folge beenden und dann in der nächsten Folge weitermachen. Und dann geht's, ne? Das geht alles. Ah, das coole Gebäude hier wieder. Das mag ich. Mein Lieblingsgebäude in dem Spiel. Alles blau. Nein, nicht weil ich weil ich schön blau bin, sondern ich mag blau. So. Mama, ich hab eine tolle Neuigkeit. Grüßt, Oma. Ja. Nein. So. Einnahmen dieser Woche. Ah, ich hab 993 Euro, okay. Cool. Hä? Und bin ich jetzt minus 53.000, hallo? Ah, warte mal. Ich könnte den auch jetzt verkaufen, ne? Mach ich doch. Und tschüss. So, jetzt bin ich wieder im Plus. So geht's. Besitze mindestens fünf verschiedene Strecken, die du und deine Fahrer in der letzten Woche befahren haben. Fünf verschiedene Strecken, okay. Das heißt, mach ich hier mal... Das da. 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 Angefahren worden. Belohnung, Zugang zum Industrial District. Wo ist denn die? Ah, da oben. Das Industrie, okay. Das ist aber nicht groß, ne? Die Karte. Hm. Das ist ja, da oben. Naja, vielleicht kommt nochmal ein Update raus, dass es da oben noch weitergeht oder so. So. Jetzt schauen wir mal bei den Jobangebote. Hallo? ne gibt es nicht warte mal hier also wir haben hier topias mautner und jens grunwald jetzt machen wir mal eine neue jetzt stellen wir noch ein neuling lehrling den stellen wir noch ein ja den stellen wir ein dann haben wir die letzte noch den noch waccarat das kann der machen der ich finde find's du schnie das ist genau so dann machen wir noch mal einen keine erfahrung aus busfahrer das ist sehr schlecht hat eine ausbildung und becker begonnen umfangreiche erfahrung als fluchtwagen fahrer professor der anthropologie ist als kind sehr gern mit dem bus gefahren leidenschaftlicher physiker liebt neutrinos fluchtwagen fahrer das ist cool kann auch einstellen wird schon nicht mit meinem bus hier flüchten ich kenne die ok gut dann hat es auch gemacht da würde ich mal sagen sehen wir uns im nächsten part wieder von bus simulator 16 und dann schauen wir mal wie es hier weitergeht bis zum nächsten mal tschüss